ja doch mal ähnliche übung wie diese hier hier soll man halt diese sachen entsprechend reinförmig anordnen ich wähle also zunächst hier das symbol aus ich kann es noch als blog vorher umwandeln also gehe hier auf blog erstellen und wenn das einfach rein ob wirkt weil es keine ahnung ob es eigentlich sein soll kein objekt so gehe auf ok wobei mir fällt gerade ein man muss beachten dass wir hier das nicht mehr haben ja also ja quasi nur dass den kreis ja und diese öffnung hier soll man das vielleicht ein bisschen trennen das sagt man einfach nur kreis und gehen hier auf den auswahlpunkt und wählen das hier als das hier drüben als auswahlpunkt an und dann gehen wir mal objekte wählen und wählen nur den kreis aus so das nehmen wir extra den block konvertieren sagt man ja und das tun wir noch das auswählen und daraus den block machen block erstellen als auswahlpunkt würde ich jetzt trotzdem den hier wählen wenn er versetzt ist und das nenne ich jetzt oral keine ahnung was ich sonst nennen soll gehe auf block konvertieren ok jetzt habe ich ja quasi zwei blöcke einmal das oval und einmal den kreis und erzeugt jetzt hier mein meine reihe will die quasi vorher aus die beiden blöcke geht dann auf start dann hier auf rechte reihe und gebe jetzt hier die abstände ein und zunächst die anzahl also sagen wir hier hier wollen wir spalten wollen wir drei haben und die gesamte gesamt abstand also der abstand zwischen denen ist immer 30 ja wenn das quasi hier eine 10er raster ist habe ich 1 2 3 3 mal 10 sind 30 wäre drei käse sind dazwischen dann bekomme ich hier 30er abstand und hier habe ich naja es ist schwierig den abstand auszumessen weil das hier nicht mehr ganz im raster ist da muss das gesamtmaß nehmen in dem fall und das sind 140 das ich vorher schon mal ausgemessen können sie auch nachzählen anhand der kästchen also gebe ich das hier einfach ein insgesamt 140 und die anzahl sich vorher machen sollen erst die anzahl eingeben dann den abstand natürlich ist das abstand das noch einmal 40 und anzahl sieben jetzt muss ich noch mal 140 und anzahl sieben okay wenn alles jetzt sage ich hier noch mal assoziativ schalte ich aus weil ich möchte im prinzip dann hier noch ein paar sachen löschen nämlich hier diesen diese sachen entfernen die also keine assoziativität ja und ansonsten dürfte das passen ja beende das ganze und kann jetzt hier noch diese ovale entfernen einfach auswählen und löschen und hätte jetzt die reihe erzeugt wie gesagt dadurch dass das blöcke sind kann ich jetzt zum beispiel hier reingehen wie auf diesen blogg auf blog editor und zeichen meinetwegen jetzt hier ein kreuz ein nur irgendwas zu verändern macht im raster fangen vorher aus und den objekt fangt an damit ich hier einfach kann und mache jetzt hier meinetwegen so ein kreuz hier rein schließen blöcke titel ja ich möchte speichern und wir sehen haben das jetzt überall übernommen ja das ist immer zieht der vorteil wenn sie hier mit blöcken arbeiten ja so viel zu den arbeiten mit dem befehl reihe die zusammenhang mit blöcke